Europa ist mit Großbritannien sehr hart. Ich meine, dass Europas Position nicht so stark ist, wie sie meinen. Diese Idee, dass der Finanzsektor nach Frankfurt und Paris umzieht, wird so nicht passieren. Das könnte Jahrzehnte dauern. Ich meine, was kommt, ist ein großer Produktivitätsrückschlag für Europa, da der Finanzsektor irgendwie von Großbritannien abgetrennt wurde und all das neu zu sortieren ist.